Jede Löwe, jeder Löwe hat unserer Mannschaft in den letzten drei Heimspielen hier gefehlt. Es waren lange 270 Minuten ohne euch. Und wie bitter das für unsere Jungs auf dem Rasen ohne euren Support ist. Das hat man vor allem im Kupatspiel gegen Karlsruhe hier gesehen. Umso schöner, dass unsere Mannschaft endlich nicht mehr von der Gang auflaufen muss. Und auch wenn es für euch natürlich alles andere als einfach ist. Nochmal, vielen Dank für eure Unterstützung und großartig, dass ihr alle Üblichkeiten auf euch nehmt. Heute geht's alle zusammen für unseren geliebten Turm- und Sportverein. Bei dem schaut nämlich sportlich zur Zeit richtig gut aus. Vier Spiele in Folge gewonnen und heute soll natürlich der nächste Freier gegen die Löwen aus Braunschweig her. Es wäre ein wunderschönes Geburtstagsgeschenk für unseren Füßenpräsidenten auf der Gebüde. Und damit allen ein herzliches Willkommen hier im Blütholder Stadion. Und den ersten Gruß Gitarre zu melden auf unsere hauptige Bühne. Servus, habe die Erde. Schön, dass Sie da sind. Vis-a-vis heute zwar alle nur im Sitzen, aber es ist oben. Es bleibt unsere Stehhallee. Lasst was hören. Servus, liebe Löwen. Ja, wir müssen alle, es fehlen, fehlen. Noch ganz viele unter unserer Anzeigetapfel. Aber trotzdem, ihr werdet das heute gerne wettmachen. Der Support ist unserer Mannschaft sicher. Lasst was hören. Servus, Löwen in der Bestkurve. Servus, liebe Löwen. Ein immer so herzliches Willkommen am Wiesinger Bärm. Alle Gästefans aus Niedersachsen. Und wir schauen sofort auf die Aufstellung der Eintracht aus Braunschweig. Die spielt heute im Tor mit der Nummer 16, mit Yasmin Faisic, mit der 2, mit Helis Schulz, mit der 3, Lasse Schlüter. Die 4 hat Jannis Nikolaou, mit der 6 hat Brian Hennig, mit der 7, Moritz Munter, mit der 19, hat Sebastian Müller, mit der 26, mit der 26, Jannis Marx, mit der 30, Brian Behrend und die 39 hat Robin Krause. Als Abspieler stellen wir vor, wenn sie dann eingewechselt werden. Schiedsrichter heute bei der Partie 60 München gegen Eintracht Braunschweig. Hauptschiedsrichter Nikolaus Winter, seinen Assistenten vor der Hauptgebühne Roman Potikin und vor der Stehhalle Timo Klein. Wir haben die Gelübens und gut, dass ihr wieder da seid, Mannschaftsaufstellung mit Fais, ist das schönste, was es gibt. Die Bayerische, unser Hauptsponsor, präsentiert uns die Aufstellung des TSV 1860 München. Und die haben wir natürlich von unserem Trainer von Michael, wir sind heute im Tor natürlich mit der einzigen Marco, unsere 5 hat Kirin, mit der 6 Steffan, unsere 7, unser Kapitän Steffan, unsere 8 hat Erich. 0.14 heute Tennis, unsere 5 hat Marcel, unsere 5 hat Marstel, unsere 20 wieder dabei, Jannis, unsere 27, Sidi, unsere 31 auch wieder zurück mit Tiefen Rütschi, und unsere 36, Philipp. Da standen wir heute bei unseren Löwen für das Tor, die 14 von Kretschmann mit der 3, Niki Lahn für 18, Lorenz Möfer mit der 19, Margot Jannis, 22, Philipp. Marco Mannhardt, mit der 32, Maximeister, 34, Alexander Breitner, und 39, Leandro Porgalla. So, meine Damen und Herren, wieder. 25. Spieltag in Liga 3. Wir kommen mit Gäste aus Liga Sachsen und Transparenz. Und wenn Sie den größten Ziel endlich wieder vorstellt, zu lauten Sie in Münchens große Liebe, hier ist der TSV! 1860 Sekunden! Liga Speed Liga 4. Frank Hilly Liga Redner Liga Redner Liga Redner Liga Redner Wir halten zusammen, weil wir uns nicht mögen. Und ich weiß, dass jeder, ich will dabei sein, denn du bist ein Bein. Jeder, der ist sicher bei dir. Levin Groove! Levin Groove! Levin Groove! Levin Groove! Levin Groove! Levin Groove! Das war's für heute.